Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Marc Fleischer von der Firma ABB in Heidelberg und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Tutorial über die Simulation im neuen Logikcontroller ABAS. Viel Spaß! Aufgabe der Simulation ist es, eine erstellte Logik vorab, bevor man Gruppenadressen verknüpft, zu testen. Dafür benötigen wir von der linken Seite die dementsprechenden Ein- und Ausgänge sowie mögliche Logiken, die wir dann in der Simulation ablaufen lassen wollen. Wir setzen also auf unser Arbeitsblatt hier die dementsprechenden Ein- und Ausgänge, die wir später mit der Logik verknüpfen wollen und beschriften sie. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel von einer Verknüpfung von einer Uhr und einem Dämmerungsschalter. Und am Ende soll eine Gartenbeleuchtung geschaltet werden. Nun habe ich die Ein- und Ausgänge auf meinen Arbeitsplatz platziert und benötige für die weitere Funktion natürlich eine Logikfunktion. In unserem Fall wollen wir eine ganz normale Unverknüpfung testen. Linke Maustaste gedrückt halten, verbinden wir die dementsprechenden Eingänge mit den KNX-IOs und den dementsprechenden Ausgang mit dem Ausgang. Bevor wir jetzt irgendwelche weiteren Dinge unternehmen, wollen wir testen, ob diese Logik, die wir hier erstellt haben, auch funktioniert und gehen deshalb hier oben auf den Button Simulation. Nun erwartet die Simulation von uns eine Eingabe. Durch die Betätigung des kleinen Knusktoffs hier mit der Maus können wir jetzt sagen, wenn dieser Ausgang eine 1 erhält, Enter-Taste drücken und dieser Ausgang hier unten eine 1 erhält, dann muss am Ende das Ergebnis wahr sein und genau so ist es auch. Wir sehen True, True auf den beiden Eingängen unverknüpft gleich auch der Ausgang hat durchgeschaltet. Wir testen den umgekehrten Weg. In dem Moment, wo ein Eingang auf 0 geht, wird dementsprechend auch der Ausgang auf 0 gesetzt. Um schwierere Logiken eventuell besser nachvollziehen zu können, das ist ja jetzt hier das Beispiel einer sehr einfachen Logik, hat man die Möglichkeit, die Logik entweder in Echtzeit ablaufen zu lassen, langsam, in Einzelschritten oder sogar schnell, je nachdem wie groß, um dann besser eventuelle Fehler, die man sich in die Logik eingebaut hat, erkennen zu können. Fehlt nun noch die abschließende Programmierung des Bausteins. Anders als in den Vorgängerbausteinen mit Logikfunktion wird hier die Verknüpfung der Ein- und Ausgänge in der ETS erfolgen mit den dementsprechenden Gruppenadressen. Es ist dafür sinnvoll, hier schon mal den Datenpunkttyp der Ein- und Ausgänge zu definieren, in unserem Fall hätten wir für unsere Uhr ein ganz normales Schaltobjekt, ein Bit, genauso für unseren Dämmerungsschalter ein Schaltobjekt und natürlich auch hier bei dem Ausgang den Datenpunkttyp schalten. Wir speichern das Ganze und verlassen den Baustein, gehen in die ETS und finden nun in den Kommunikationsobjekten, genau hier, unsere Uhr, unseren Dämmerungsschalter und unsere Gartenbeleuchtung, legen Gruppenadressen dafür an, die Gruppenadressen werden auf die Objekte gezogen und das Gerät wird programmiert. Viel Spaß beim Testen!